Musik 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 Ja, ich möchte fast schon ganz klein wenig sagen. Musik 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 So, und es ist ein New Star, mal Champion Deluxe, ein Little Star. Ebenfalls mit dem weißen Schweif, mit dem blonden hellen Schweif. Musik 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 Man sieht es immer wieder sehr, 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 sehr schön einteilend und kommt auch sie immer wieder sehr, sehr, sehr gut durch. Auch hier mit tollen Richtigkeitswerten versehen und jetzt auch gerade noch mal hier zum weiteren verlauf ebenfalls wirklich mit tollen springen ebenfalls mit unglaublich viel gleichmaß und auch einem tollen abfußen ich möchte mich wirklich dort in der situation der richter seien jetzt darüber zu beurteilen wirklich im zwei runden mit dem nicht nur äußerlich viel ähnlichkeit der ponys sondern einfach auch von der qualität kommt bitte peter gibt den kommentar und die richter werden darüber beurteilen wie der name schon sagt ein parcours hier der nichts offen lässt ein pony war sehr schön an den hilfen der reiterin steht weit gefördert und ausgebildet für seine fünf jahre am sprungweiser zu überzeugen durch seine art schön kraftvolles abfußen aus dem hinterbein springt durch den ganzen körper schnell im vorderbein grund und endnote 8,8 so und ja wirklich ganz zurecht ganz zurecht nochmal mit einer super genotung wir kommen dann in kürze und der sieg hier bei den fünfjährigen ponys madita freut sich abone auf da 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.